Großes Finale Energiegeld für Rentner Bundestag entscheidet am 20. Oktober 2022. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Das Thema Energiegeld für Rentner, das ja zum 15.12.2022 durch die Rentenversicherung an ca. 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner ausgezahlt werden soll, lässt uns aktuell nicht los. Bisher liegt uns final nur ein Gesetzesentwurf zur Energiepreispauschale an Renten- und Versorgungsbeziehende und zur Erweiterung des Übergangsbereichs vor. Dieser Gesetzesentwurf wird am 20. Oktober 2022 ab 12.35 Uhr im Bundestag das zweite und das dritte Mal beraten und gelesen, so sagt man das. Das heißt, der Bundestag wird dann über das Energiepreispauschalengesetz für Rentner, ich sage das jetzt mal so ganz salopp, auch tatsächlich entscheiden. Der Gesetzesentwurf der Bundesregierung, der dieser Entscheidung zugrunde liegt, wird sozusagen scharf gestellt. Die Zeit drängt, die Rentenversicherung muss die Extrazahlung bis 15.12.2022 an fast 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner leisten. Keine einfache Aufgabe. Unsere Rentner müssen aber auch die rechtliche Sicherheit haben, dass der Anspruch auf die 300 Euro wirklich da ist und dass er auch für sie durchsetzbar ist. Deshalb brauchen wir ein Gesetz, was der Bundestag tatsächlich dann auch entscheidet oder darüber entschieden hat. Insoweit ist das Gesetzgebungsverfahren auf den letzten Metern. Ich gehe davon aus, dass das Gesetz zur Zahlung der 300 Euro Energiepreispauschale am 20. Oktober 2022 dann auch tatsächlich durchgeht, denn die Mehrheiten im Bundestag sind ja bekannt. Nach der Beschlussentscheidung muss das Gesetz nur noch vom Bundespräsidenten unterschrieben werden und zu seiner formellen Wirkung im Bundesanzeiger veröffentlicht werden. Wir freuen uns für alle Rentnerinnen und Rentner, die die 300 Euro Energiegeld bis zum 15.12. ausgezahlt bekommen und auch wirklich dringend nötig haben. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.